Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu stehen wir schon mal wieder vorm Black Market Auktionshaus. Und ja, ich habe wieder ein bisschen was ausgegeben für ein nettes T3 Teil. Diesmal haben wir hier einen Kopf und zwar vom Shami Set. Den habe ich mir gekauft für 103.000, 104.000, wenn man das eine Gold aufrunden. Und ja, das ist mein siebtes Teil vom Shami Set. Also in der Front sieht es ganz gut aus. Allgemein bei den T3 Sets geht es auch tatsächlich voran. Jetzt muss ich mal gucken, tragen wir das gleich mal in meine Liste mit ein. Und zwar haben wir die einmal hier. Also das ist das erste Item und zwar 104.000. Jetzt muss ich mal gucken. Oder ich fange, mache das mal. Aha, okay, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Kann ich das hier nach oben schieben? So, ah, so wollte ich es machen. Genau, ich glaube die erste Zeile habe ich nicht mitgenommen, aber das zumindest. Okay, gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt die Tage noch so finden können. So, dola, als nächstes bin ich auf Pozzo der Leternita unterwegs. Und dort habe ich einen T3 Teil gewonnen. Ich habe das tatsächlich vergessen gehabt. Ich habe am Nachmittag einmal drauf geboten. Normalerweise so um 19 Uhr, ne, logge ich da nochmal ein Beat nochmal drauf, weil meistens werden die Sachen ja überboten von anderen. Das habe ich vergessen, dachte eigentlich, ich habe es nicht gewonnen. Tatsächlich hat in der Zeit kein anderer drauf geboten. Und ich habe es hier gekriegt für 105K. Ist ein Worry T3. Einmal die Hände. Die sind meistens immer relativ teuer, weil Worry T3 anscheinend sehr, sehr begehrt sind. Und ja, da bin ich jetzt eigentlich recht froh, dass ich es gekriegt habe. Dann können wir das einmal in die Liste mit eintragen. Also 105. Und ich habe noch 41K für Char-Gieren ausgegeben. Ich bin jetzt nämlich einige Runs hier im Mega-Dungeon gelaufen. Also immer den Endboss. Nur ich habe da ja eine ID, die ich quasi immer weiter sharen kann. Und ja, da muss ich ein paar Char-Skieren, weil wenn die so ganz niedriges Gear haben, dann ist das doch immer ein bisschen anstrengend. So wie der Char zum Beispiel, ne. Wenn sie irgendwie Item Level 39 auf dem Händeslot und hier auf dem Handgelenken, da habe ich dann ein paar Sachen aus dem Hagi gekauft. Genau. Gut, dann gucken wir mal weiter. So, jetzt bin ich nochmal auf Eredar unterwegs. Und hier habe ich nochmal ein Shami-Item gewinnen können. Und zwar haben wir hier einmal Schamanen-Schultern. Hat mich insgesamt 100K gekostet. Ich habe mal ein bisschen höher gepokert. Das ging immer in so Tröpfelbeträge hin und her. Habe ich einmal 100K drauf geboten. Hätte es wahrscheinlich auch für ein bisschen weniger kriegen können. Aber naja. Jetzt haben wir 100K drauf gehauen. Haben wir einmal das Shami-Set fertig, wie ihr seht. 8 von 8 vom Set. Und das trage ich jetzt auch noch in meine Liste mit ein. Wo haben wir sie? Da ist sie. Also hier, Shami-Schiftungen. 100K. Und ja, mal gucken. So langsam geht es doch aufwärts mit meinen T3-Sets. Gut, als nächstes bin ich dann auf dem Server Deathwing unterwegs. Und da habe ich spät nachts noch ein Item gefunden, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber durch die WoW-Thing-Seite habe ich es gefunden. Einmal einfache Religionsklinge. Es ist ein removedes Item. Hier für 5K Gold drin. Das kaufen wir jetzt mal raus. Und ja, das habe ich tatsächlich auch nicht mal auf meiner Liste. Also auf der fehlenden Item-Liste, die ich ja schon seit einer Weile führe. Aber im WoW-Thing war es einmal mit drin. Ich kann es euch mal zeigen. Also ich habe quasi hier in WoW-Thing einmal durchgescant und habe gesehen, ah, da 5Ks war es drin. Einfach die Religionsklinge. Wusste nicht, dass es ein removedes ist. Dachte mir aber schon, wenn es nicht removed ist, dann müsste ich ja eigentlich wissen, was es ist. Und ja, hat es sich gelohnt, dann nochmal vor dem Schlafengehen einmal reinzuschauen. In meiner Liste habe ich jetzt auch schon geguckt. Da ist es tatsächlich nicht dabei. Aber eintragen können wir es jetzt gleich mal. Beziehungsweise wir kopieren das einmal raus. Ja, komm, wir lernen es erst. Also, jetzt schauen wir mal. Oh, ich hatte da den Sound anscheinend nicht an. Jetzt hat es das nicht mitgenommen. Gut, gelernt ist es. Und dann gucken wir mal. Ah, ist einfach die Religionsklinge, 5K. Und ja, das ist echt ein schickes T-Mock-Teil. Also nicht vom Aussehen, das sieht es wahrscheinlich banal aus. Aber schick vom Standpunkt her, dass ich das jetzt für 5K geschossen habe, ein removedes Ding, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist auf jeden Fall worth. So, ich habe jetzt noch gerade mir was ersteigert im Black Market. Und zwar haben wir einmal hier die Hose vom Schurken. Die hat mich jetzt gekostet 120.000 Gold. Was eigentlich geht. So ein Mittelfeld, würde ich sagen. Die haben wir jetzt einmal gelernt. Und dann können wir die auch noch mit eintragen. Und zwar, wo habe ich denn meine Liste? Ah, da haben wir sie. Also 120. Und ich habe noch ein bisschen was ausgegeben für Chars-Gieren. Ich laufe ja aktuell das Mega-Dungeon. Und naja, ich sage mal so, manche von meinen Chars haben halt wirklich richtig Gurken-Equip. Also irgendwie 50er-Item-Level auf manchen Slots, obwohl die Max-Level sind. Und da habe ich mir ein bisschen was von dem 4, 18, 20, 25, 24 oder was. Also ein bisschen über 400 ist das Gear. Und da habe ich mir das gekauft. Apropos Gurken-Chars, ich sehe da sowas zum Beispiel, dass der irgendwas aus einer alten Timewalker anhat. Und gut, der wird auch vielleicht mal ein bisschen Gear brauchen. Aber naja, ein paar Chars habe ich zumindest gegiert. Als nächstes sind wir dann auf Raven's Grass unterwegs. Und da will ich jetzt zwei Teile kaufen, die wir einmal über Timewalker kriegen können. Und zwar aus dem Timewalker Raid. Die sind hier beide für 99k drin. Und ich habe jetzt schon eine Weile das mal so ein bisschen verfolgt. Ich dachte eigentlich, die giri ich jetzt vielleicht auch mal günstig. Aber leider nicht. Und ich würde sagen, die kaufen wir jetzt einmal. Und zwar haben wir hier einmal Stofffüße. Die holen wir uns. Und dann haben wir noch einmal ein Schwerten-Einhändiges. Und dann holen wir das natürlich auch gleich mal raus. Und die müssten aber ein bisschen höheres Item-Level haben. Jetzt gucken wir mal. 4.15 sind die beide, genau. Okay, die traden wir jetzt schon mal rüber zu meinem Main. Und dann würde ich sagen, dass wir die auf einen Twink rüber schicken und einmal lernen. So, jetzt muss ich das mal kurz hier rüberziehen. Stöbert nach eurem Belieben. Achso, und wir können sie eigentlich gleich schon mal eintragen. Machen wir das mal. Also hier das Erste. Das kommt einmal in meine Liste rein. Hier, das sind 100k aufgerundet. Und das andere haben wir hier noch. Das Schwert. Und auch hier rein. Und ja, dann schicke ich das mal weiter. So muss ich mal gucken. Stoff und ein Schwert. Das ist sogar ein Inchwert. Ich glaube, ich könnte das beides mit meinem Hexer lernen. Müsste eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Also einmal auf den Warlock. Ich stehe jetzt gerade mit dem noch im Mega-Dungeon rum. Aber wir können ja hier einmal den Postkasten auspacken. Jetzt gucke ich mal. Genau. Schwert kann ich lernen. Ist natürlich jetzt für den kein Upgrade. Ja, ich könnte jetzt auch rumsuchen, ob ich ein Schaf finde, für den das ein Upgrade ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind. Oh, ich habe den Sound gar nicht. Warum kommt jetzt der Sound nicht? Ah, wahrscheinlich, weil All the Things sich aufgehängt hat. Aber im Chat steht es zumindest. Für beide habe ich das T-Mog gelernt. Ah, All the Things ist immer wieder verpackt. Und ja, ich kann es eigentlich direkt wieder verkaufen. Das ist halt aus der Season 2. Also aus letzter Season noch. Und dementsprechend jetzt auch nicht mehr sonderlich gut vom Item-Level. Aber zumindest gab es zwei T-Mogs. Juti. Dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Dann sind wir als nächstes auf Kazak. Und hier wollte ich nochmal zwei Teile kaufen. Und zwar auch aus dem Time Walker. Jetzt schauen wir mal. Genau, einmal das hier. Da haben wir nämlich ein Schild. Und zwar ist das vom Beftilak aus dem Time Walker Firelands. Kostet auch hier 100k. Und dann haben wir noch Lederhandschuhe. Ne, Handgelenke. Die tüten wir auch noch ein. Die anderen Sachen, das ist alles aus dem aktuellen Raid. Da warte ich mal noch, bis es ein bisschen günstiger wird. So, okay. Also dann können wir das schon mal rüber traden. Und das eine können wir tatsächlich gleich anlegen. Und zwar die Handgelenke. Das hatten wir schon mal. Und das Schild, das können wir dann einmal wegschicken. Und zwar mit dem Worry könnte ich das dann lernen. Jetzt tragen wir das vorher bloß noch einmal kurz ein. Schauen wir mal, wo habe ich meine Tabelle. Ah, da ist sie. So, also hier 100k. Und dann haben wir hier das Schild. Das hat uns auch nochmal 100k gekostet. Jetzt sind wir schon bei 910, ne. Also das hat jetzt schon reingehauen. Aber ich wollte mir die Dinge jetzt immer kaufen. Und sonst waren sie tatsächlich immer für mehr Gold drin. So, also den hier. Und gut, dann logge ich jetzt mal nach oben. Und dann lernen wir das mit dem Worry einmal. So, dann gucken wir doch gleich mal. Also da haben wir das Schild. Und gut, das kann ich eigentlich auch gleich weghauen, ne. Ist jetzt auch nur für 15. Also jetzt nicht sonderlich relevant für mich. Dann bin ich als nächstes auf Nemesis. Und hier habe ich noch einen schicken Plattenhelm gefunden. Der ist aus dem Gewölbe der Inkarnation. Also aus dem ersten Raid aus Dragonflight. Hier für 50k. Was tatsächlich ein Schnappe ist. Weil man findet sonst das Zeug gar nicht mehr. Maha, wer geht denn da auch noch großartig rein? Und das trade ich jetzt mal im Worry. Ich dachte mir, komm, logge mal direkt auf den Worry ein. Dann muss ich nicht wieder hin und her. Quasi das Zeug schicken, um es zu lernen. Also das ist jetzt hier LFR, ne. Ich weiß gar nicht. Ich könnte mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das Set überhaupt im LFR habe. Vielleicht könnte ich das sogar noch in den Katalysator packen. Das ist jetzt das aktuelle Abarus-Gewölbe. Schau mal an. Da könnte man vielleicht sogar noch was mit anfangen. Jetzt gucken wir mal. Ich fliege mal schnell hoch zum Katalysator. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier reinpacken können. Und jawohl. Das wird einmal zum LFR-Set. Quasi gleich zwei T-Mocks aus einem Teil rausgekriegt. Juti. Und dann würde ich sagen, tragen wir das noch mit ein. Also. Ja, den haben wir jetzt für 50k gekauft. Und. Hier müsste der eigentlich auch irgendwo drin sein. Hier haben wir den. Das war der LFR-Helm. Den können wir rausschmeißen. Und dann, ja, haben wir wieder eins weniger. Juti. Dann habe ich jetzt auch noch was aus dem Black Market gewonnen. Und zwar haben wir hier den Kopf vom Priester-Set. Das ist jetzt dann das siebte Teil. Also ich habe es dann fast fertig für 76, äh 86. Ja, wenn wir es aufrunden, 87. Das nehmen wir jetzt mal raus. Und dann können wir das auch mal eintragen. Wollen wir es? Meine Liste. Bop, 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 bop. Äh, da ist sie, genau. Und dann haben wir hier 87. Dann sind wir jetzt schon angelangt bei 1.047.000. Und, ja, jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie es mit den T3-Teilen aktuell aussieht. Ähm, ich brauche jetzt noch 18 Stück. Ne, also nicht mehr so viel. Die meisten sind hier tatsächlich noch beim Magier-Set. Da hatte ich vorher noch einen Teil gesehen. Das ist aber leider wieder teurer rausgegangen. Und, ja. Und ich glaube, Worry-Set brauche ich auch noch einiges Zeug. Aber 18 Teile. Sieht schon ganz gut aus. Ich bin aktuell noch an einem am Bieten. Und, ja. Sonst habe ich jetzt die Waffenröcke noch drin. Die werde ich aber jetzt nicht kaufen aktuell. Da man die wahrscheinlich als Job irgendwie kriegen kann. Die Brille ist hier noch drin. Kostet leider eine halbe Million. Ich weiß nicht, ob ich die Mega-Dungeon auch kriege. Was ich aber im Mega-Dungeon gekriegt habe, waren die zwei Waffen. Ne, also die zwei Äxte. Und dementsprechend, ähm, ja. Sieht schon mal ganz gut aus. So, dolla. Jetzt habe ich das Teil doch noch gewonnen. Was ich vorhin angekündigt hatte. Und zwar habe ich jetzt endlich mal noch einen Worry-Teil gekriegt. Hier die Brustplatte für 150k auf Port Sudel Eterniter. Ja, dementsprechend sieht es jetzt beim Worry-Set auch schon halbwegs gut aus. Und jetzt sind wir runter auf 17 Items, die ich noch brauche. Das tragen wir dann noch schnell einmal ein. Also 150. Und dann sind wir dezent drüber bei die Millionen bei fast 1,2. Und, ja. Damit sind wir tatsächlich auch durch mit dem kleinen Video an der Stelle. Sorry, ich muss gerade noch ein bisschen aufstoßen. Zu viel kohlensäurig haltige Getränke getrunken. Und, ja. Gut. Aber dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.